so steuer ist nach links für mich dreht sich das ganze hier einfach nur im kreis wenn du das genau jetzt ja er hat jetzt zusammen okay so funktioniert das irgendwo ich weiß aber ich weiß nicht genau wo das ist ne was sieht man von diesem floß aus ja ich habe schon gesehen wir sind da wir sind ja schon gut war ja so tauchgerät an jetzt einfach diesem seil hier folgen oder ja genau und da ist dann irgendwo so ein eingang hast du schon gefunden da unten ja wo soll ich drücken muss ja beim anker ist das da auf der kleinen insel gut ist dass wir noch so viele druckluftflaschen haben er war die größe überall ja auf der jahr sind die ausstellig zu finden ich wollte nicht unter die was legens ist noch was zum angucken erst mal ablegen wieder kann man das nicht mitnehmen wie hier das was hier auf dem boden die zum angucken nicht alles nähe da kannst du gar nichts mitnehmen das nächste schon wieder kalt ja jetzt hier hängt ja alles voll ja aber du musst dir das in der mitte holen nein das war nicht so eine gute idee und doch war doch eine gute idee was kann man damit jetzt bauen was haben wir denn da jetzt gefunden die kirche und die schlitten waren wo findet man diese besonderen also noch zwei höhlen wo man jetzt ein gleiter damit kannst du dann fliegen oder und einen turm da kannst du von oben kann sich mit dem gleiter runter stürzen ach so okay zum beispiel oder selbstmord begehen das funktioniert auch oh ja das kann ich gut dafür brauchst du nur ein feuer das war halt aber in den letzten momenten nicht so dass ich da so oft zurückgebrannt habe das war meistens ja jemand das war schon oder was ja das war schon das war höhere nummer eins wollen wir gleich noch zum anker wegen mir kommen kriegen wir schon na ja was für ein anker da ist die nächste höhle aber was ist das für ein anker dieser riesen anker der im wasser ist bei dem zelt wo der tupf dran ist richtig ja so na jetzt soll ich wieder steuern oder willst du keine macht macht alles gut links halten ok also dreht noch links an der insel vorbei ja es lässt sich aber komisch steuern dieses floß na ja gerade wenn es nicht mehr so wenn du zusammen das habe ich noch nicht so ganz raus wie du das sind kriegst du in einem ja aber das ist als das kannst du nur zu zweit steuern ich glaube da siehst du diese kleine insel wo wir gerade drauf zu fahren da müsste das sein dann bist du der andere höhlen eingang sein da müsste so ein schiffswrack liegen aber ich glaube so langsam haben wir einen kleinen rücken muss raus ja genau hier an der insel müssten wir anlegen und der hier so geradeaus einfach was essen jetzt hier also ich habe noch ein paar arme und beine dabei wenn ihr wollt habe ich auch aber die sind roh ja wir können ja schnell ein feuer machen schon mal was gefunden ja jetzt ist das schiffswrack ja nur den eingang so trübe alles ist denn dieser eingang ist hier direkt beim vrack oder ich habe ihn gefunden was ihnen ist einfach hochschwimmen da ja den habe ich gesucht und seid ihr da ich bin auf dem weg ich warte eben hier bei euch da seid ihr ja genau hier unten durch die luke und dann gibt es da noch mal irgendwo ist noch mal so eine art luke wo man durch muss tut er eigentlich automatisch die flaschen wechseln wenn eine leer ist ne das macht er nicht das musst du selber machen die muss dann benutzen benutzen klicken wenn du auf die flasche gehst ok aber ich glaube bis wir raus sind reicht das noch ja sollte weil er will irgendwie nicht gerade ja du musst noch mal drücken wie was woher habe ich doch habe ich bin gefest ich komme nicht weiter jetzt wie weit ist denn die dritte höhle weg eigentlich ist ja die die ist ein stückchen weg ja dann machen wir nur noch die höhle aber noch feierabend warum die dritte höhle wirklich beim nächsten mal der dritten höhle brauchen wir auch kein kein boot da weiß ich ungefähr wo sie ist wo sitzt das der bauplan hier ja ja ach da ne kirche soll man dann beten gehen oder was ja ja sehr gut ein sarg aha ja dann müssen wir auch immer so viel krass beerdigen können dann sind es ein blammer auf ach ihr seid schon wieder ohne mich hier weg ja kenne ich ja schon normalerweise ohne mich hm 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 Ja, damit wir kurz speichern können und schlafen können, damit wir dann halt wirklich... Die Frage ist nur, wir haben uns ja jetzt schon so eingezäunt, wo bauen wir so eine Kirche noch hin? Die kann doch außerhalb stehen. Richtig. Hilft das auch dann so gegen diese Monster, oder? Nö. Ist einfach nur so, okay. Einfach nur so. Schlafen oder was? Ja, erstmal speichern würde ich sagen, ne? Okay. Und vielleicht beim nächsten Mal schlafen, weil dann geht das Ding noch kaputt. Okay. Also lassen wir es jetzt so. Ja, aber wenn wir jetzt schlafen und dann ausmachen, ist das sowieso. Ja. Im nächsten Mal wieder da beim Laden. Gut, dann machen wir hier mal Feierabend. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. und dann noch mal den nächsten Bauplan oder so mal eigentlich soweit durch mit den Höhlen, ne? Oh, ich glaube schon, ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020